Frühling. Zeit für die besten Filme mit echten Stars. Ja, das werden Sie in den nächsten Wochen häufiger sehen. Und der Coolste von allen trägt gern eine Sonnenbrille, hat ein charmantes Lächeln und sein Name fängt mit D an. Diesel. Ähm, Fatsch. Was? Sein Name ist Denzel Washington. Wie ich? Ganz genau. Warum mich? Na, weil du einfach der Coolste bist. Spur mal bitte zurück. Na, weil du einfach der Coolste bist. Ich finde das ein sexy, hä? Déjà-vu. Wettlauf gegen die Zeit. Wow. Morgen 20.15 Uhr. Und danach Training Day bei RTL 2. Boom.